Hallihallo meine lieben Freunde, ich habe mich inzwischen ein bisschen kürzer, also die, was ich jetzt aufnehme, ist ja so, damit es nicht mehr so lange braucht, gibt es immer noch raus, verwende drei verschiedene Fähigkeit-Type, was ist Fähigkeit-Typ? Mein Team werde ich hier noch trainieren, ich suche immer noch nach einem Shiny-Luna-Pop, einfach weil ich praktisch gesehen meine besten Freunde widmen mir sozusagen. Und wenn man irgendeine Art Klang, also Doppelklang hört, das ist so, mein Mikrofon ist so empfindlich, dass es gerne mal von meinen Köpfhörern halt immer noch überträgt, obwohl es halt auf 15% sogar ich auf dem PC runtergestellt habe, also nicht ingame den Ton, sondern per PC. Na dann, man, da wo ich bin, da gibt es Luna-Pop, ich habe bei der letzten Folge gezeigt, wo man, wie man ungefähr hinkommt, also es ist auch in dieser Höhle, nur man muss rechts gehen eher. Naja, naja, auf jeden Fall, jetzt geht der Training los, wieder und man sieht sich, wenn ich dann bereit bin mit 20er Team, komplett 20er Team. Bis später. Oh. Okay, Angriffswert und Patrimswert gehen runter. Oder sind geringer. Warte mal. Warte mal. Okay. interessant... landbier. Ich glaube, ich habe diese Art Sprite irgendwo mal gesehen. GASP GASP BEGLE JINGTA Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na warte Ich werde dich bekommen Untertitelung des ZDF, 2020 Das Hebel gefällt mir wirklich besser Untertitelung des ZDF, 2020 Minus 3, minus 0 Mein 100 Das ist ein bisschen Das ist auch fun. Ich mach das mit Absicht. Sieht irgendwie schön aus. Ja, ein bisschen wie Cerberus, ich weiß nicht wie da geschrieben wird. Aber da kann man mir in die Kommentare verbessern, wie Cerberus geschrieben wird, weil das sollte mit Absicht auf das Blaue und Spielzeit nur nebenbei. Okay. 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 Ich hab nicht geschaut, welcher Potenzial ist. Ich hab nicht geschaut, aber ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schaden. Das war's. Das war's. Fuck up, so warm. Fuck up, so warm. Um... Fuck up, so warm. 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 Hey, endlich, jemand mit einer Lampe, gib mir den, den Arbeitshelm. Schwerkraft. Oh. Oh. Ich hab' ich hab' ich weiß nicht, wie ich schneide, aber ich hab' den Ort gewechselt, da wo es die Grauslimes gibt, um Potenzial zu bekommen von dem... Ich hab' ich hab' einfach alles im wenigsten Potenzial bekommen. Ich hab' ich hab' ich hab' Vielen Dank. Und ich will Otoki finden. Ich weiß noch nicht, wo es den gibt. Aber das Ding wirkt so krass nervig. Und hier sieht es so aus. Ich habe Cervo versucht zu trainieren. Hier ging es nicht so gut aus. Mino ist gefühlt das gleiche. Und Puppe ist eher gestorben. Brittle habe ich einfach zum Trainieren mitgenommen. U-endom. Oh, Storbe. Dann die ganze Zeit abnerven. Besonders bei solchen Multi-Hits. Angriffswert und Verteidigung. Das ist nicht fair. Das Licht hat mich geblendet. Das Licht hat mich geblendet. oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020